Das ist Modulo, Ihr modularer Indoor-Gemüsegarten. Mit dem Modulo bekommen Sie endlich Ihren eigenen kleinen Garten. Sie snacken gerne, sind neugierig, kreativ oder einfach nur viel beschäftigt? Mit dem Modulo bekommen Sie jeden Tag frische Kräuter und Gemüse. Bauen Sie den Modulo ganz nach Ihren Vorstellungen zusammen. Sie können Ihren Gemüsegarten nach Lust und Laune umbauen. Wählen Sie eine Pflanze aus, legen Sie die Kapsel ein und füllen Sie Wasser auf. Das war's auch schon. Alle Nährstoffe und das Saatgut sind bereits vorhanden. Die Pflanze treibt im Wasser und versorgt sich selbst mit allem, was sie braucht. Und dann noch schön sommerliches Licht. Und zwar das ganze Jahr über. Die Lichteinstellungen lassen sich genau an die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen anpassen. Jetzt heißt es nur noch zurücklehnen und genießen. Schauen Sie Ihrem Gemüsegarten beim Wachsen zu und ernten Sie jeden Tag Blumen, frische Kräuter und knackiges Gemüse. Und jetzt sind Sie dran. Zaubern Sie leckere Gerichte. Glückwunsch! Sie haben Ihren eigenen kleinen Gemüsegarten geschaffen und Ihren Alltag etwas schöner gemacht. Eine kleine Revolution, nicht wahr?